Heute Express, der schnelle Nachrichtenüberblick. Guten Tag. Nach den Anschlägen auf vier Geschäfte türkischstämmiger Inhaber im oberbayerischen Wald Greiburg hat ein 25-Jähriger die Taten gestanden. Er soll mit der Terrormiliz IS sympathisiert und aus Hass auf Türken gehandelt haben, so die Ermittler. Bei seiner Festnahme am Abend waren Rohrbomben und eine Pistole gefunden worden. Der Mann hatte unter anderem Ende April einen Brandanschlag auf diesen Gemüseladen verübt. Dabei wurden sechs Menschen verletzt. Angesichts der Milliardenkosten durch die Corona-Krise pocht Bundesfinanzminister Scholz auf höhere Steuern für besonders vermögende Bürger. Dies werde sicher auch Teil des nächsten Wahlprogramms sein, sagte der SPD-Politiker im Tagesspiegel. Bereits im Programm 2017 hatte die SPD einen Spitzensteuersatz von 45 Prozent und die Einführung einer Reichensteuer gefordert. Die Deutsche Fußballliga hält auch nach den weiteren positiven Corona-Tests bei Zweitligist Dynamo Dresden an ihrem Ziel fest, die Saison zu Ende zu spielen. Das sagte DFL-Geschäftsführer Seifert am Abend im ZDF. Das Gesundheitsamt in Dresden hatte angeordnet, dass die gesamte Mannschaft von Dynamo für zwei Wochen in Quarantäne muss. Die Türkei lockert ihre Corona-bedingten Beschränkungen. Ab heute dürfen Senioren ab 65 Jahren wieder für vier Stunden am Tag ihre Wohnung verlassen. Das hatte Präsident Erdogan diese Woche angekündigt. Außerdem dürfen ab morgen wieder mehr Geschäfte öffnen. Allerdings nur unter strengen Hygiene- und Abstandsregeln. Wegen der eingeschränkten Schifffahrt am Bosporus zeigten sich dort in den letzten Tagen immer mehr Delfine. Nachrichten jederzeit online und in der ZDF-Heute-App. Auf Wiedersehen.